Kinder dürfen kein Armutsrisiko für Familien sein. Familie schaffen wir nur gemeinsam. Ich finde es gut, ich hoffe es bewirkt was. Ja, alles andere wird sich zeigen. Wir fordern eine bessere finanzielle Absicherung von armen Familien. Selbstverständlich gut, war gut und positiv und sind auch neugierig geworden und ich finde, man sollte die Caritas vielleicht ein bisschen mehr rausnehmen, weil die braucht ja auch Geld und Spenden für diese Aktionen. Weil mich die Aktion überzeugt und ich einfach wichtig finde, dass für Familien was getan wird. Wir fordern Anerkennung für die Leistungen, die Familien für die Gesellschaft erbringen. Familie schaffen wir nur gemeinsam. Also ich war ja vorher gespannt, wird es überhaupt was? Wie viele Leute machen mit? Und wie dann alle die weißen T-Shirts angezogen haben, war die Menge auch sichtbar und es war eindrucksvoll, diese Forderungen. Vom Asylbereich bis hin zu mehr Zeit und die finanzielle Unterstützung und der Beitrag der Familien für die Gesellschaft, dass das gewertschätzt wird und auch entsprechend entgolten. Es war eine eindrucksvolle Situation. Aktion und dann noch von der Sonne so schön beschienen, es war schon ein wichtiger Moment für uns.